Und Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von CSGO Competitive. Und ja, wir spielen hier wieder auf DAS-2. Wir sind in der vierten Runde, spielen hier mit der AWP. Und hoffentlich können wir wieder ein paar Kills holen. Den habe ich schon mal nicht bekommen, aber er ist gestorben, das ist schon mal gut für uns. Zwei sind auf long, einer geht jetzt Richtung B und einer ist noch auf A-Spot, geht jetzt short. Wir geben nicht mal Richtung B. Die Bombe wurde bei Mitte gedroppt, einer ist bei uns AFK. Und jetzt bin ich und der Typ, der AFK ist noch übrig. Wird schwer. Und jetzt haben wir hier noch einen geholt zumindest, immerhin was. So, und jetzt vielleicht noch einen. Aber jetzt steht er hier links. Wie man auf der Karte sehen kann und ich weiß nicht, ja, und dann bin ich tot. Ja, hier eine schöne Frontside Misty. Die Runde haben wir leider verloren. Aber es steht immer noch 3 zu 1 für uns. Also. Könnten wir schon gewinnen. Aktuell 7-1-1, die Statistik. Doch, schaut nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Team Vesta, kann man mal machen. Hoffentlich läuft es jetzt wieder ein bisschen besser und ich mache ein paar mehr Kills. Ja, und den ersten haben wir schon. In der Mitte weggeworkelt. Einer ist bei uns bei Long gestorben. So, B wird jetzt schon gerusht hier von einem Teammate von uns und der ist jetzt auch gestorben. Jetzt wird die Bombe wahrscheinlich auf B geplantet. Und. Ja, es ist jetzt ein 3 gegen 3. Äh, wir haben 2 AWPs. Und eine AK und die Gegner haben eine AWP, eine M4 und eine MP. 7 glaube ich, muss ich sagen. Ja, einen haben wir jetzt geholt. Es ist nur noch, es sind nur noch 2 am Leben. Ja, Teammate natürlich wieder läuft erstmal. In den Bereich, wo ich eigentlich schießen möchte. Einer ist jetzt noch gerade noch nicht gegossen. Schade, schade. Jetzt wird es jetzt nicht. Jetzt wird es da. Ja, ja. Und dann gewinnen wir die nächste Runde. Sehr schön. So muss es weitergehen. Vielleicht haben wir wieder unsere AWP am Start. Die Gegner haben auch wieder eine AWP. Keinmal so, als würden sie eine E-Call machen. Weil 3 Leute mit Pistons spielen. Wobei jetzt sind es nur noch 2, einer hat sie noch eine MP gekündigt. 2 sind jetzt zu B gegangen. Und jetzt wird in der Mitte gesmoked. Und einer kommt jetzt bereits hochgepusht. Oder auch nicht. Er hat sich dann entschieden, in die Law Cutters zu gehen. Ja, bei Law wurde jetzt schon mal einer weggeholt. Schon auch mit vielleicht noch jemand ist. Jetzt ist einer wieder gestorben. Der Typ mit der Bombe. Schade, ist nicht gut. Noch einer gestorben. Es ist ein 3 gegen 2. Es ist ein 1 gegen 3. Wird schwer. Hier noch was zu reißen. Aber natürlich. Gehen wir nicht auf. Jawohl. Und den ersten haben wir noch. Vielleicht noch einen. Beide verfehlen die Schüsse. Jetzt mal schnell zu B gehen. Ich smoke hier nochmal kurz schnell zu. Aber einer kommt jetzt von Mitte bereits zu B. Er ahnt wohl, dass ich da komme. Und dann gibt er mir den Headshot. Wir gehen jetzt. Ich liebe es. Wenn?... Wir gehen! Wir gehen!